Unglaublich! Auch in Deutschland werden Wildtiere illegal getötet. Und gleich zeige ich dir, was du dagegen tun kannst. Seit 1990 wurden 83 Wölfe illegal getötet. Und in den letzten 10 Jahren wurden 12 Luchse Opfer illegaler Machenschaften. Diese Zahlen sind alarmierend und zeigen, dass Wildtierkriminalität direkt vor unserer Haustür stattfindet. Und das kannst du dagegen tun. Beobachte deine Umgebung aufmerksam, wenn du in der Natur unterwegs bist. Entdeckst du etwas Verdächtiges oder sogar ein gewildertes Tier, melde es umgehend der Polizei. Geh auf wildlifecrime.info und melde deine Beobachtung. Die zuständigen Behörden führen dann eine gründliche Untersuchung durch. Von der Meldung über die Beweissammlung bis zur Zeugenbefragung. Jeder Schritt ist entscheidend. Gemeinsam können wir Wildtierkriminalität bekämpfen und unsere heimischen Tierarten schützen. Hilf uns dabei und teile dieses Video.